Ganz grundsätzlich bei jeder Form von Entscheidungsfindung, in Gemeinden, in Werken, was Finanzen betrifft, was Strukturen betrifft, wie wollen wir was machen, Gottesdienstgestaltung, welche Lieder singen wir, wie wollen wir grundsätzlich unsere Gemeindearbeit ausrichten. Lauter solche Fragen, wie kommen wir zu einer Entscheidung? Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Macht ist für viele ein eher negativ besetztes Wort und wird häufig intuitiv mit Gewalt in Verbindung gebracht. Aber Macht kann zu beidem genutzt werden, zu Schlechtem und zu Gutem. Für die Durchsetzung von Recht und Gerechtigkeit ist sie sogar unabdingbar. Unser heutiger Gast hat sich intensiv mit dem Thema der Macht und insbesondere ihrer Auswirkung auch auf christliche Gemeinden befasst. Wir freuen uns, dass ein Experte zu diesem Thema den Weg zu uns ins Studio gefunden hat. Herzlich willkommen bei uns hier eben in diesem Studio, Dr. Markus Liebelt. Die Macht, ja, jeder kennt das Wort. Ob Ohnmacht oder Macht, aber Vollmacht. Aber wenn man es beschreiben muss, ist es schon gar nicht mehr so einfach. Was ist Macht denn nun eigentlich? Also es gibt sehr unterschiedliche Definitionen von Macht. Also ich persönlich finde die Definition, die Gunter Wanke vorgeschlagen hat, sehr hilfreich, wo er sagt, Macht ist im Grunde genommen jede Form von Einflussnahme. Also immer dann, wenn Einfluss genommen wird, auf welche Art auch immer, findet entweder ganz offensichtlich oder eben halt auch unterschwellig Macht statt. Und das öffnet natürlich den Machtbegriff nicht nur eben für diese negative Sichtweise, sondern eben ganz allgemein auch zum Positiven hin. Also wie Sie schon in der Anmoderation gesagt haben, Macht ist nicht grundsätzlich negativ, sondern Macht ist eigentlich ein menschliches Phänomen. Und so wie Sie es beschreiben, oder wer war das, den Sie dort zitiert haben? Gunter Wanke. Der ist? Das ist ein Soziologe. Okay. So wie der es beschrieben hat, ist es ja eigentlich so, dass es in jedem mitmenschenlichen Vorgang dann eine Rolle spielt. Also im Grunde auch bei diesem Gespräch spielt ja dann in dem Sinne Macht auch eine Rolle. Also ich beeinflusse Sie, indem ich eine bestimmte Frage stelle. Willen Sie so weit gehen? Sonst würde das Gespräch ja auch anders verlaufen, beispielsweise. Aber ist das dann immer wieder Machtausübung, auch in diesem Sinne? Gut, wenn man so will, kann man das natürlich so sagen. Aber auch das würde ja wieder zeigen, dass eben, wenn man das so weit fassen würde, durchaus nicht negativ ist. Also ich sehe den Machtbegriff grundsätzlich in der Schöpfung verankert, dass Gott sozusagen dem Menschen die Möglichkeit hat, kreativ zu sein, Dinge zu beeinflussen, Dinge zu gestalten, Dinge zu kreieren. Und das hat zu tun mit Macht. Gott, der selber der Schöpfer ist, der der Kreator selber ist, gibt dem Menschen sozusagen als seinem Geschöpf Anteil an dieser kreativen Fähigkeit. Und damit Anteil an Macht. Der Unterschied ist, Gott ist allmächtig, der Mensch nicht. Für einen Gläubigen müsste aber deswegen auch gerade, weil Gott allmächtig ist und in diesem Sinne ja das Wort dann doch positiv besetzt ist, wenn ich mit Gott etwas anfangen kann, doch weitaus positiveren Beigeschmack haben. Nichtsdestotrotz ist es doch zumindest in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch schon davor, doch eher negativ besetzt. Wie lässt sich das erklären? Oder ist das vielleicht eher ein mitteleuropäisches Problem oder ein deutsches Problem wegen der Machtausübung der Nazis möglicherweise? Oder ist das ein menschliches Problem? Also ich würde sagen, das ist ein grundsätzlich menschliches Problem. In Deutschland spielt das sicherlich eine Rolle. Aber das hat natürlich auch zu tun mit Machtmissbrauch. Also das, was den Begriff der Macht negativ erscheinen lässt, ist halt eben der missbräuchliche Gebrauch von Macht. Durch Gewalt beispielsweise. Wobei Gewalt auch nicht nur negativ ist. Sie haben es auch in der Anmoderation gesagt. Manchmal braucht man in der öffentlichen Ordnung zur Durchsetzung von Recht tatsächlich auch Formen der gewaltvollen Macht. Etwa bei der Polizei. Das ist klar. Anders würde ein gesellschaftliches Miteinander in einem Staat nicht funktionieren. Aber die negative Sichtweise, die kommt in erster Linie durch den Missbrauch von Macht. Es ist ja auch relativ problemlos, Macht zu missbrauchen, sobald man sie hat. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, an so vielen Ecken einfach so schwierig mit Macht umzugehen. Sobald jemand sie hat, ist die Gefahr des Missbrauchers da. Und derjenige, der sie nicht hat, fühlt sich dann natürlich leicht missbraucht. Nun könnte man ja meinen, in christlichen Gemeinden dürfte das nicht vorkommen, weil die ja nun alle sehr freundlich sind und alle nett miteinander umgehen und sich der Nächstenliebe verpflichtet fühlen. Und das scheint irgendwie, erscheint vielen Leuten ein Widerspruch zu sein. Aber so wie sie es eben definiert haben, ist das ja nicht unbedingt gleich ein Widerspruch. Also muss Macht auch in christlichen Gemeinden eine Rolle spielen. Ja, unbedingt. In allen Gemeinschaften, in allen menschlichen Gemeinschaften spielt Macht unwillkürlich eine Rolle. Immer dann, wenn Menschen zusammen sind, finden Formen von Machtausübung in welcher Weise auch immer statt. Mein Anliegen ist es, diese Dinge bewusst zu machen, um halt eben einem Missbrauch entgegenzuwirken. Also Macht ist auch hier nicht negativ. Ich glaube, dass es auch hier Steuerungsfunktionen braucht. Zum Beispiel für was? Zum Beispiel für Leitung von Gemeinschaften. Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass gerade auch Gemeinschaften, die eben für sich das Ideal formuliert haben, dass sie eben keine Leitung haben, sondern dass halt eben alles der Geist Gottes wirkt und tut und gestaltet, dass wenn man mal genau hinsieht, hinter die Kulissen schaut, in Wirklichkeit es doch so ist, dass hier deutliche menschliche, ich will es mal so sagen, Strukturen deutlich werden. Derjenige, der sich zum Sprecher des Heiligen Geistes macht zum Beispiel. Ja, im Grunde genommen schon. Es ist ja schon erstaunlich, dass der Geist Gottes dann immer wieder dieselben Menschen gebraucht. Das muss jetzt nun nicht unbedingt so sein, dass es nicht vom Geist Gottes ist. Aber es könnte halt eben auch sein, dass dahinter im Grunde genommen ganz normale menschliche Abläufe sind, die auch natürlich sind, die übrigens auch nicht böse sind, wenn sie denn bewusst gestaltet werden. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass es in der Bibel, sowohl im Alten und im Neuen Testament, durchaus berufene Leitungsfunktionen, sprich geistlich leitende Ämter gibt. Das heißt aber, auch wenn es das biblisch gesehen schon gibt, der Missbrauch könnte darin liegen, dass jemand behauptet, für den Heiligen Geist zu sprechen, aber eigentlich seine eigenen Interessen durchsetzt. Ja, also diese Gefahr ist sehr groß. Und nach meiner Beobachtung findet das auch sehr häufig statt. Und da setzt eigentlich im Grunde genommen das Anliegen meiner Arbeit an. Mal genau hinzuschauen, was ist jetzt vom Heiligen Geist und was nicht. Wobei das manchmal sehr, sehr schwierig voneinander zu unterscheiden ist. Das wollte ich gerade sagen. Wie lässt sich das hin unterscheiden? Also an den Früchten sollt ihr ihn erkennen. Gut, aber was heißt das? Also ich werde immer dann hellhörig, wenn jemand sagt, jetzt mal ganz banales Beispiel, der Geist Gottes hat mir gezeigt, wir sollten dies und jenes tun. Also ich persönlich habe Menschen kennengelernt, zum Beispiel Ehepaare, wo die Ehe teilweise dann hinterher, sagen wir mal gelinde gesagt, nicht sehr glücklich war, die auf diese Weise zustande gekommen sind. Dass der Mann gesagt hat, Gott hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. Und die Frau gar nicht so sehr, sagen wir mal, jetzt denselben Eindruck hatte vom Geist Gottes, um es mal so zu formulieren. Aber gut, wenn der Geist Gottes das sagt, dann darf man ja nicht ungehorsam sein. Und deswegen schicken sich dann manche eben in diese Situation hinein. Und das halte ich für fatal. Also der Geist Gottes wirkt nicht gegen unsere menschliche Freiheit. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit als Menschen, Dinge zu überprüfen. Das halte ich sogar für außerordentlich notwendig. Und dann vor allen Dingen zu schauen, und das finde ich das Schöne, dass wir in der Bibel, in der Heiligen Schrift wirklich Anhaltspunkte haben, an denen wir Dinge auch prüfen können. Da ist die Bibel ganz positiv. Haben Sie da ein paar Beispiele? Dass man zum Beispiel sagt, wie kommt eine Ehe zustande, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben. Eine Ehe kommt in der Regel nicht dadurch zustande, dass Gott jemandem zeigt, du sollst jetzt meine Frau werden. Dass man dann vor allen Dingen auf diese Weise auf denjenigen zugeht. Es kann ja sein, dass man innerlich dieses Gefühl hat, dass das so ist. Aber in dem Moment, wo ich auf den anderen zugehe und sage, Gott hat mir gezeigt, du sollst. Verstehen Sie? Da ist das Problem. Mir zeigt Gott, was du sollst. Dann kann Gott das demjenigen ja selber zeigen, wenn wir schon auf dieser Schiene argumentieren. Und da gibt es halt ganz klare Kriterien, dass man eben sagt, die Wahl des Ehepartners ist halt einfach auch eine Wahl. Und wenn mein Herz das innerlich nicht nachvollziehen kann, was jemand anders empfindet, dann habe ich immer die Freiheit, auch Nein zu sagen. Und das ist ein Grundmechanismus, die Freiheit, Nein sagen können zu dürfen. Aber dann bleiben wir doch mal bei diesem Beispiel. Die Frau ist ja dann in einem Dilemma. Zum einen muss sie sagen, aus dir spricht nicht Gott. Das kann gar nicht sein, weil ich empfinde es nicht so. Oder sie muss sagen, aus dir spricht zwar Gott, aber ich möchte mich dem Willen Gottes nicht beugen in diesem Fall. Ja gut, wenn man das so auf die Spitze treiben will. Also ich würde das grundsätzlich mal in Frage stellen. Ich würde sagen, du hast den Eindruck, aus dir spricht Gott. Das lässt manches offen. Es könnte sein, dass es so ist. Es könnte aber auch so sein, dass im Grunde genommen hier an dieser Stelle eine rein menschliche Empfindung geistlich überhöht wird. Und das ist oft so in Gemeinden. Das ist das Problem. Das ist jetzt ein schönes Beispiel. Aber so funktioniert es eigentlich immer. Es sind persönliche Wünsche oftmals, persönliche Eindrücke, die dann hinterher mit dem Geistlichen überhöht werden und in Verbindung gebracht werden. Ich stelle mir die Situation jetzt noch mal weiter vor. Da spielt ja auch das Mann-Frau-Verhältnis grundsätzlich eine Rolle. Und oft sind es ja so, dass die Männer die Autoritäten sind und auch die Leitung haben. Und dann sicherlich die Versuchung noch viel größer ist, das so einzusetzen. Ich nehme an, dass es gar nicht so schwierig ist, wenn sich jemand dessen bewusst ist, dass er das tut. Dann kann man dem auch sagen, hör mal, du sündigst hier, aber hier machst du was verkehrt. Verändere das mal. Aber die größte Gefahr ist doch vermutlich, dass jemand meint, dass das der Wille Gottes ist. Also wie kann ich unterscheiden, ob das nun eigentlich meiner ist oder der Wille Gottes? Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Weil diejenigen Menschen, die, sagen wir mal so, auf dieser Schiene sind, sind tatsächlich in der Regel davon überzeugt, dass Gott ihnen das wirklich so gesagt hat. Das ist ein Problem. Das glaube ich. Was tun. Ja, genau. Von daher glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, ist, mal zu schauen, wie hier die grundsätzlichen biblischen Mechanismen zur Entscheidungsfindung sind. Das halte ich für eine ganz wesentliche Frage. Blick natürlich auf das Individuelle, wie findet man seinen Ehepartner, das war jetzt natürlich ein nettes Beispiel, aber das gilt ganz grundsätzlich bei jeder Form von Entscheidungsfindung. In Gemeinden, in Werken, was Finanzen betrifft, was Strukturen betrifft, wie wollen wir was machen, Gottesdienstgestaltung, welche Lieder singen wir, wie wollen wir grundsätzlich unsere Gemeindearbeit ausrichten. Lauter solche Fragen. Wie kommen wir zu einer Entscheidung? Und da sehe ich immer das Prinzip, nicht eben dieser individuellen Ausrichtung oder dieser individuellen Fokussierung, Konzentration auf den einen, der jetzt sozusagen die eine spezielle Offenbarung hat, die jetzt für andere gilt, sondern da sehe ich, selbst wenn das so sein kann, immer die Bestätigung durch andere, immer die Korrektur und die Möglichkeit der Korrektur durch andere. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel Älteste, Leitung einer Gemeinde. Da sehe ich immer Plural. Was wir im Alten Testament haben, worauf sich dann manchmal auch bezogen wird mit Mose oder auch mit den Königen, wobei bei Mose noch eine besondere Situation ist, aber vor allen Dingen bei den Königen, das war eine Struktur, die gar nicht ursprünglich im Willen Gottes war. Als das Volk zu dem Propheten Samuel gekommen ist und einen König haben wollte, galt das als Abfall von Gott, wurde das negativ bewertet. Also insofern haben wir hier kein eigentliches Ideal, sondern das Ideal ist immer die Korrektur. Selbst da, im Königtum hat Gott noch Korrektivmechanismen eingesetzt, nämlich die Propheten, die nämlich die Könige sozusagen korrigieren sollten. Sie sprechen ja vom Alten Testament, aber im Neuen Testament mit den Aposteln könnte ja eigentlich das Gleiche geschehen. Also man könnte sich auf die Apostel berufen und manche Kirchen tun das ja dann auch und dann ist man dann plötzlich so eine, ja dann ist das so ein Einzelner, der eine große Macht hat, aber die anderen müssen dann eher schweigen. Oder ist das jetzt übertrieben und nicht zu vergleichen? Ja, also das sehe ich so im Neuen Testament nicht. Sondern im Neuen Testament sehe ich auch, gut, wir haben das Urapostolat, die zwölf Apostel, dann haben wir das Sendungsapostolat, der Apostel Paulus, Barnabas, Silas und so weiter. Das sind schon Strukturen von geistlicher Leitung, aber selbst hier sehen wir immer das Wir. Die Ältesten, zum Beispiel, ich denke an Apostelgeschichte 20, wo die Ältesten aus Ephesus in Millais zusammenkommen. Immer wir, die Ältesten von Ephesus. Lassen wir es dabei mal. Man kann vermutlich sehr, sehr unterschiedlich daraus ableiten, aber ich finde wunderbar, dass Sie da dieses Gemeinschaftsprinzip so betonen. Sie sprechen auch in Ihrem Buch von, ich habe mir das mal aufgeschrieben, verschiedenen Typen, Macher, Mitmacher und Mitläufer. Das ist wahrscheinlich zur Einordnung auch nochmal ganz interessant und wichtig. Was verbirgt sich hinter diesen Typen? Also das gibt es ja nicht nur in christlichen Gemeinschaften, sondern ich glaube auch, dass das ein allgemein menschliches Phänomen ist. Es gibt die Menschen, die von ihrer Art eher diese Machertypen sind. Die nehmen was in die Hand und so weiter und wollen immer wieder neue Projekte. Ich kenne Menschen, die haben immer ein Projekt am Laufen. Und wenn das vorbei ist, dann haben sie schon wieder zwei, drei andere Projekte, die jetzt auch gemacht werden. Und da gibt es halt eben andere, die sagen, oh, wäre schön, wenn hier mal was gehen würde. Nicht wahr? Das sind jetzt nicht so die Initiativtypen, sage ich jetzt mal, sondern das sind diejenigen, wenn jemand die Initiative ergreift, dann springen sie gerne drauf, dann machen sie mit. Und die Mitläufer, das sind diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer wenig oder kaum zu motivieren sind, die gibt es auch in allen menschlichen Gemeinschaften und auch in christlichen Kreisen. Das ist bedauerlicherweise so. Sind das so diese drei Grundtypen in Bezug auf Macht, wie damit umgegangen wird und wie man sich darauf einlässt? Ich weiß nicht, ob man die als Grundtypen der Macht bezeichnen könnte, sondern ich würde sagen, man kann das natürlich auch anders kategorisieren. Ich habe jetzt mal diese Form gewählt, weil mir das aufgefallen ist über die Jahre und Jahrzehnte. Zum Problem wird das Ganze in dem Moment, wo zum Beispiel die Machertypen sagen, so, ihr müsst jetzt alle mitmachen. Ich mache jetzt was und ihr macht mit. Ich habe sogar mal die Situation erlebt, da war jemand, der sah mal auch von Gott her, es gibt ja da in jeder Konfession die eigenen Begrifflichkeiten. Manchen hat Gott das in der Stille gezeigt, andere hatten eine Eingebung oder sonst irgendwas. Die Begrifflichkeiten ändern, der Mechanismus ist eigentlich immer gleich. Da hatte jemand eine geniale Idee von Gott und ich habe dann gefragt, ja, wann möchtest du denn anfangen? Ja, nee, nee, ich kriege die Ideen, die anderen sollen das machen. Natürlich prima. Auch nicht schlecht. Und so was verläuft sich dann natürlich in der Regel im Sande. Aber das ist das. Also es gibt halt eben Menschen, die wirklich in der Lage sind, andere zu begeistern. Aber oftmals ist es so, dann ist eine riesen Staubwolke und wenn sie weg sind, irgendwann legt sich die Staubwolke auch wieder. Können sich diese Typen auch ändern? Also sagen wir mal, ich bin ein Mitläufer, aber ich kann auch zu einem Macher werden. Die Frage ist auch auf dem Hintergrund, wie geht man denn mit solchen Dingen in Gemeinden konkret um? Ja, also ich erlebe jemanden, sagen wir mal, ich erlebe jemanden, der ist der Macher. Das Wort kommt ja oft von Macht beziehungsweise umgekehrt. Also jemand, der was macht, der hat die Macht. Und die anderen möchten aber vielleicht auch mal, aber trauen sich das nicht zu. Also was ist denn zu tun, ohne dass es da zu große Verletzungen gibt? Oder muss man auch mal sagen, es reicht, so geht das nicht mehr. Also ich glaube, dass wir solche Initiativmenschen unbedingt brauchen. Sonst würde ja gar nichts vorwärts gehen. Es hat schon seinen Sinn, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Und also insofern sehe ich das gar nicht negativ. Zum Problem wird das in dem Moment, wo andere unter Druck gesetzt werden. Das ist eben immer das. Ich habe eine Idee und wer dieser Idee nicht folgt, ist in irgendeiner Weise ungehorsam. Deswegen auch hier das gemeinschaftliche Prinzip. Es kann ja sein, dass die Idee gar nicht falsch ist oder dass die Idee gar nicht böse oder sonst irgendwie verwerflich ist. Es kann ja sein, dass es wirklich eine grandiose Idee ist. Viele Initiativen, viele Gemeinden, viele Werke sind dadurch sozusagen aufgeblüht, dass Menschen tatsächlich grandiose Ideen hatten und den Mut, vorwärts zu gehen und andere ihnen gefolgt sind. Also ich würde das nicht negativ sehen, sondern zum Problem wird es dann, wenn ich sozusagen immer wieder eine neue Idee habe und die anderen folgen nicht. Und dann müssen sie schon aufpassen, weil Mose, nicht wahr, der Leiter sozusagen, wie Mose, ungehorsam, dass sich nicht die Erde unter ihnen aufreißt, wie bei der Rotte Chora, weil sie halt eben ungehorsam sind und jetzt der Blitz oder so von Gott kommt und sie dann gestraft werden. Das ist eigentlich immer das, worum es geht. Das heißt, es muss immer bestätigt werden und dann verantwortet man ein Projekt auch miteinander. Aber es könnte doch auch noch ein anderes Problem geben. Also, ich stelle mir gerade so ein Gemeinderat vor oder so ein Ältestenrat oder wie auch immer das in den verschiedenen Konfessionen heißt. Da sitzen zwei Leute, die verstehen sich sowieso gut, haben auch immer großartige Ideen und sind bei allem vorne weg und dann gibt es eben auch die Stilleren, die sich sofort überrumpelt fühlen, aber eigentlich gar nicht dazu kommen, da etwas zu tun. Die wünschen sich eigentlich mal, dass sie zweimal die Klappe halten und dass sie selber mal zur Geltung kommen. Die trauen sich das aber nicht, die schaffen das aber nicht. Das heißt, da wird ja vermutlich bewusst gar nicht mit Macht umgegangen, sondern das ist jetzt mal einfach so. Aber die wünschen sich, die hätten auch mal mehr Macht. Was kann man denn so in der Situation tun? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es ist wichtig, einfach auch in einer Gemeinschaft Möglichkeiten zu eröffnen, dass eben nicht nur wenige, sondern dass halt eben diejenigen, die sich beteiligen wollen, dass sie sich auch einbringen können. Das ist ja zum Beispiel auch das Prinzip einer Freikirche. Aus diesem Grundmuster sind Freikirchen ja auch eigentlich erst entstanden, dass man eben genau an dieser Stelle Defizite gesehen hat. Und hier kommt durchaus der ganz positive Begriff des allgemeinen Priestertums zum Tragen. Den halte ich wirklich für sehr gut, wenn er nicht wieder individualistisch missbraucht wird. nicht wahr? Da muss man dann, je nachdem, wie groß auch eine Gemeinschaft ist, kann man nicht ein Patentrezept für alle Gemeinschaften jetzt entfalten, sondern muss schauen, wie groß ist so eine Gemeinschaft, welche Strukturen sind hilfreich, was muss man möglicherweise einrichten, um halt eben tatsächlich den Menschen, die sich engagieren wollen, die sich einbringen wollen, auch mit ihren Ideen, mit ihrer Kreativität, dass sie das können. Aber es müsste ja erstmal allen Beteiligten klar werden, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Wäre es also sinnvoll, so eine Art von Supervision oder sowas einzurichten, dass man jemanden mal anfragt, schau doch mal, wie das bei uns läuft in der Gemeinde und kann es uns da mal Ratschläge geben? Ja, also durchaus. Durchaus. Gerade wenn eine Situation festgefahren ist, die Erfahrung habe ich auch, das mache ich gelegentlich auch, regelrecht Gemeindeberatung oder Ältestenkreise, Schulen, Gemeindeleitungen, Schulen, da werde ich auch immer wieder eingeladen. Aber ich sehe hier eigentlich zwei Themen. Das eine ist, wenn der Wunsch da ist, man weiß nicht so genau, wie setze ich das jetzt um. Das ist das eine. Und dann gibt es noch eine andere Richtung, nämlich regelrecht eine theologische Grundsatzfrage. Das hat auch mit Gemeindeverständnis zu tun. Das hat auch mit Amtsverständnis zu tun. Was lasse ich jetzt, sagen wir mal, aufgrund von theologischen Vorentscheidungen an welcher Stelle zu? Dass sozusagen nur das berufene Amt, formuliere das jetzt mal sehr allgemein, dass in welcher Gestalt auch immer, dass nur das berufene Amt sozusagen jetzt Entscheidungen trifft, oder aber ob es das berufene Amt gibt und trotzdem aus der Gemeinschaft heraus noch Dinge eingebracht werden können. Das ist eine theologische Frage. Über die muss man sich grundsätzlich erst mal verständigen. Je nachdem, welches Verständnis ich da habe, werde ich natürlich auch die Dinge gestalten. Also das sind zwei Dinge. Einmal das theologische, die theologische Grundsatzfrage, wie verstehe ich Amt? Wie verstehe ich Gemeinde? Wie kommen Entscheidungen zustande? Und das andere ist, wenn ich grundsätzlich weiß oder eine Ahnung habe davon, wie es laufen soll, nur nicht genau weiß, wie es geht, dann kann eine Beratung hilfreich sein. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass manchmal auch in bestimmten Situationen es hilfreich sein kann, theologische Fragen zu stellen. Habt ihr über dieses oder jenes schon mal grundsätzlich theologisch nachgedacht? Weil man da eine andere Autorität reinbringt. Richtig. Genau. Das ist ja, also Sie haben jetzt den Vorschlag gemacht, da jemanden vielleicht mal hineinzuholen, aber bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, gibt es da Dinge, die man tun könnte, um vorher schon sensibel zu sein, ohne dass man gleich von außen Hilfe reinholen muss? Worauf muss ich achten? Also ich würde immer darauf achten, dass Entscheidungen nicht, sagen wir mal, autoritativ von Einzelnen gefällt werden. Insbesondere von einer Person. Also immer wieder alle ins Boot holen? Zumindest die Leitung. Zumindest die Leitung. Gut, es gibt Gemeinschaften, da besteht die Leitung vielleicht auch nur aus einer Person. Das ist unglücklich, sagen wir es mal so. Also ich würde immer darauf achten, dass auch geistliche Verantwortung in christlichen Gemeinschaften auf mehreren Schultern liegt, sodass man Dinge miteinander verantworten kann. Und vor allen Dingen ist das hier auch ein Schutz. Wenn es schief geht, ist nicht einer alleine in Anführungsstrichen Schuld, sondern dann verantwortet man das gemeinsam. Das nehmen manche gerne in Kauf, aber nichtsdestotrotz ist das sicher ein wichtiger Hinweis. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür. Ich glaube, dass viele Leute beim Zuhören sich in der einen oder anderen Rolle wiedergefunden haben und deswegen war es sicherlich schon sehr hilfreich. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren heute. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an heutigen Sendungen. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, alles gut. Tschüss. Tschüss.